Weil der muss ja genau hier anfangen, in dem Bereich zu handeln. Danke dafür. Und so geht es weiter mit der nächsten Folge Fahrrad-Mob-Provia. Und diesmal wieder den Herausforderungsmodus. Dieses Mod tatsächlich ohne Licht. Das einzige, was wir haben, wären V-Ursachen. Keine Feuerzeuge, keine Smudge-Sticks. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Licht zu tun hat oder generell mit dem Modus gerade. Genauso wie eben keine Taschenhanden. Und das könnte tatsächlich interessant werden. Was haben wir denn in den Sturm? Strom haben wir in der Garage. Ja! Der fällt direkt irgendwas um. Er hat direkt das Bild umgeworfen. Geht auf jeden Fall schon gut los, so aktiv wie der jetzt schon ist. Oh, das ist jetzt hier gerade doch da. Wollte ich schon sagen. Wenn er aber hier irgendwas schon um sich wirft. Dann wird er vermutlich auch hier sein, ja. Wollte ich es gerade sagen. Es wird vermutlich der Flur sein. Ähm, ja. Wir machen das mal so. Dann bringen wir das weitere Zeugs rein. Eigentlich als Bonusaufgaben. Nix mit Sanity. Dann kann ich die nehmen. Das ist gut. Das, das und das. Bist du hier? Wo bist du? Soll ich gehen? Bist du hier? Wo bist du? Soll ich gehen? Bist du hier? Wo bist du? Oh. ��? Schwiet hier. Da wächst sich auch so. tv wir haben wir fünf ersprungen ist das nicht in 5 mf ich glaube das war irgendwie so mal wird tatsächlich damit mal zum einloggen in der hoffnung das stimmt tatsächlich trotzdem mal mitnehmen das vielleicht noch überprüfen oder auch gibt uns ein zeichen gibt mein zeichen wirst du hier auch mal darauf war das oder war das einfach nur und er ist auf jeden fall sehr aktiv das ist der stromkasten das war doch jetzt lichtschalter und bei jemals sekunde mal wir haben im gefühl von gefühl ganz safe das hast du den schild ohne zu länger sehen wir hier was ich denke mal es können fingerabdrücke noch sein weil der rest wird der aktuell zumindest aus fliegen bis jetzt hat er darauf ja noch gar nicht reagiert auf die anderen sachen und ich meine box hingelegt box box bist du hier wo bist du soll ich gehen bist du hier wo bist du soll ich gehen da haben wir den beweis fingerabdrücke dann ist es tatsächlich echten schön an der brammer jedoch noch mal mit das ist das heißt dann kommen wir gerne eine jahr kurz wegsgeist dahin dann blablabla gut das kann man natürlich noch mal versuchen salz oder brad dann ist natürlich erst mal auf die frage vor allen dingen wo soll ich mich verstecken jetzt hier erstmal dahin ich hoffe tatsächlich ach warte mal wo ich das noch mache ich hoffe tatsächlich dass wir nach oben gehen können aber das kann sich ja auch ändern in dem fall müssten wir nach unten oder nach hinten in die garage das kann auch sein dass er hier von hier oben runter kommt das wäre nicht so nice haben wir dann zumindest hier ein versteck ja da wäre ein versteck oder mal das da das das und das andernfalls müssten wir wie gesagt nach unten oder in die garage haben wir in der garage da steht irgendwie platz ja ok stimmt der knochen sekunde geist warte mal einen moment ja jetzt noch was zu erledigen ich weiß sogar nicht ob wir den curse object haben tatsächlich aber mit sicherheit haben wir das noch mal auf der brad eins hätten wir noch da drin hier doch egal jetzt ich habe das nicht gezählt oder da machen wir jetzt nur natürlich die frage gibt es ein objekt und wenn ja wo ist es irgendwas drinnen ich glaube nicht so hätte die poppe sein können und hier hinten was sein guck nicht eigentlich ist es auch egal wir bräuchten es jetzt nicht das einzige nervige ist einfach nur dass für die aufgabe der geist uns gesehen haben muss alle jagd das ist tatsächlich ein bisschen nervig ist entweder oben oder gerade oder wo wir nicht vergessen spiegel haben wir auch nicht hier glaube ich war irgendwie die spieluhr immer gewesen spiel switcher board oder die nichts gebracht aber egal so hier beginnen wir das ganz mal james winter zeigt sich wo bist du james winter komm schon zeige dich james winter du bist eigentlich gar nicht so schlau ein licht zu stehen dann stell ich mich hier ins dunkle in der Hoffnung dass ich hier nichts wohnt warte mal da ist ein kurze fix das heißt da oje warte mal das aus aha das ist ja schön natürlich in die richtung zu laufen da ist beleuchtete aber da befindet er sich auch gerade dann lass das mal lieber sein dann dann jagd von da oder versuche es zumindest hindern muss ich dich ja sowieso das ist schon echt ein komischer geist lass das aus james winter gib uns ein zeichen gib mir ein zeichen gib irgendwer ein zeichen macht zeichen oder zeig dich das wäre auch nett hast du vorhin ja schon gemacht zur begrüßung ah warte ich weiß wie ich die sensi runter kriegen kann versteck spiel so jetzt haben wir eventuell ein problem je nachdem von wo er kommt auch auf so ja wo Und wo sind Sie? die aufgabe schon erledigt dass da was reines jetzt ist nur dieses problem mit dem kurze fixen muss er fix ist egal das wäre das problem weil er muss ja genau hier anfangen in dem bereich zu handen danke dafür wow jinn Fotos aufgaben läuft